So, es wurde unter meinem letzten Video zu dieser Kuchen-Cutter-Thematik ein bisschen noch hitzig, nach dem Kuchen, das bei sich auf dem Uncut-Kanal hochgeladen hat. Ich möchte jetzt einfach mal auf die cleversten und intelligentesten Kommentare unter diesem Video nach Kuchens Reaction eingehen. Dazu mehr, bis gleich, Feuer frei! Kurz vorneweg muss ich gleich eins sagen, ich werde ein paar Meme-Einspieler bringen von KuchenTV aus einem Video, das er irgendwie gestern oder so hochgeladen hat. Da hat er sich über irgendwelche Twitter-Hater aufgeregt, die passen aber perfekt zu diesem Ding hier. Die sind aus dem Kontext gerissen, aber die passen hier perfekt. Dann will ich kurz den Punkt ansprechen, warum mich das Ganze überhaupt so triggert, dass ich jetzt nochmal ein scheiß Video dazu mache. Und zwar wurde in meinen Augen die Diskussion einfach komplett verfälscht und Kuchen hat auch irgendwie seine Reichweite hier komplett falsch genutzt, in meinen Augen, indem er einfach nicht auf die wichtigen Punkte in seine Reaction eingegangen ist. Da komme ich jetzt gleich noch darauf, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, fand ich es einfach nicht gut, wie hier die Diskussion verfälscht wurde, wie mir die Worte im Mund umgedreht wurden, obwohl ich im Video sogar noch sage, einzelne Punkte, die mir dann aber nachher in den Kommentaren wieder vorgeworfen wurden. Und das liegt aber auch mitunter daran, dass eben Kuchen da eine schlechte Reaction dazu gemacht hat. So, warum fand ich die Reaction von Kuchen schlecht? Ich sage nicht, dass die Punkte, die er da gebracht hat, schlecht waren oder seine Argumente schlecht waren, sondern er ging eben nicht auf die Kernaussagen von meinem Video drauf ein. Und auch das will ich ganz kurz vorne noch dazu sagen. Wir haben beide irgendwann an irgendeinem Punkt an der Diskussion komplett vorbei diskutiert oder an der Kernaussage komplett vorbei diskutiert. Das gebe ich auch zu, dass ich da in meinem Video auch an manchen Punkten einfach übers Ziel hinausgeschossen bin. Nichtsdestotrotz war die Kernaussage von meinem Video faire Bezahlung. Jeder, der da doch dagegen argumentiert, ist doch komplett lost. Da komme ich auch gleich noch dazu, warum. Und warum Kuchen da null drauf eingeht und vor allem eben auch nicht auf Punkte eingeht, ob er nach seiner Rechnung mit 12 Euro pro Stunde als Angestellter oder auf selbstständiger Basis, wie er denn seinen Cutter eingestellt hatte damals, er ging einfach nicht auf diese Punkte drauf ein. Und ich kann euch versprechen, es liegt wahrscheinlich an dem Grund, dass er eben seinen Cutter nicht angestellt hatte, sondern auf selbstständiger Basis arbeiten hat lassen. Und dann sind 12 Euro pro Stunde nicht genug. Aber auch da komme ich gleich noch dazu. Weil das war auch so ein Punkt, das hat mich so ultra abgefuckt in den Kommentaren. Das ging mir so auf die Nüsse echt. Also, wie kann man denn so komplett an irgendwelchen Punkten vorbeidiskutieren und dann auch noch meinen, man ist im Recht, das war ja noch das Schlimmste dran. Ich habe mir ein paar Stichworte gemacht, ich habe mir ein paar Kommentare gescreenshotet, auf die gehe ich jetzt ein. Keine Ahnung, ich habe jetzt das nicht wirklich geskriptet hier, das Video. Dieses Video ist jetzt auch nur so ein Randvideo. Das bringe ich jetzt nur, weil mir diese ganzen Diskussionen in den Kommentaren zu schmerzvoll werden. So kann ich theoretisch dann auf dieses Video verlinken. Und deswegen wird auch am Sonntag einfach ein ganz normales Video wiederkommen. Das wird jetzt das Letzte sein, was ich dazu sage, weil ich es eigentlich Bullshit finde, dass man hier überhaupt diskutieren muss, wie gesagt. So, warum fand ich Kuchens Reaction schlecht? Wie gesagt, er ist halt null auf meine Kernaussagen drauf eingegangen. Wie gesagt, es geht hier um faire Bezahlung. Und er argumentiert in seiner Reaction wieder gegen meinen Punkt der fairen Bezahlung. Auch wenn er dann irgendwie in den letzten zwei Minuten oder was weiß ich von seiner Reaction noch irgendwie sagt, dass er meine Punkte ja verstehen kann. Aber das ist einfach zu wenig, zwei Minuten am Ende von nur 44 Minuten Reaction zu sagen, ja, ich kann es ja irgendwo verstehen. Passt schon. Und vor allem eben auch auf Punkte eingehen. Wie gesagt, zum Beispiel diese Begründung mit diesen 12 Euro pro Stunde. Mir wurde es oft vorgeworfen, dass ich ja sage, ja, 12 Euro pro Stunde wären nicht gerechtfertigt und ich verdiene nicht mal 12 Euro die Stunde. Ich wäre froh, wenn ich so viel verdienen würde. Blablabla. Da kamen so viele Kommentare zu diesem Punkt. Und ich sage in meinem Video sogar, dass 12 Euro pro Stunde auf Angestelltenbasis für einen Ungelernten okay sind. Das sage ich in meinem Video. Vielleicht mit anderen Worten, aber ich sage das. Und Kuchen reagiert da so drauf. Wenn ich jetzt einen Cutter fest anstelle, dann ist das vielleicht sogar ein Stundenlohn, über den man reden kann. Als Festanstellung. So, das ist ein bisschen über Mindestlohn. Naja, wir wissen es alle. Okay, sei mal dahingestellt. Wenn man dann halt wirklich nur jemanden nimmt, der es halt nie gelernt hat. Blablabla. Okay, meinetwegen. Wenn man jemanden halt auf freier Basis anstellt, fest anstellt, wie auch immer, und dann eben noch diese Qualität erwartet, dann hängt das meistens damit zusammen, dass man sich jemanden holt, der das freiberuflich macht und eben sein eigenes, seine eigene kleine Firma ist, für die er ja dann auch Steuern zahlen muss. Für die er... Tom, ich kann deine Uncut-Video schneiden. Lies den Satz nochmal. Eins, zwei, das fünfte Wort. Und dann kannst du nochmal drüber nachdenken. ...der dann auch Krankenversicherung zahlen muss und so weiter und so fort. Man hat Lohnnebenkosten, blablabla. Das ganze Geschieß kommt ja dann auch auf den Cutter zu. Und das wird irgendwie auch immer nie gesehen. Es wird zwar immer gesagt, ja, wir YouTuber, wir zahlen ja auch Steuern auf unsere Einnahmen und blablabla. Ja, schön und gut. Aber das müssen wir... Wer weiß, Digga, ne? Also es haben schon voll viele Leute gefragt, ob sie mal ein Uncut-Video schneiden können, lustigerweise. Und deswegen finde ich die Reaction von Kuchen an der Stelle einfach scheiße. Warum geht er denn auf so einen Punkt nicht wieder ein? Warum sagt er denn an so einer Stelle nicht einfach, ah ja, okay, auf Angestelltenbasis, blablabla, irgendwie, dass er da drauf eingeht? Und deswegen verfälscht diese Reaction auch die kompletten Aussagen von meinem Video. Es macht einfach keinen Sinn. Und dann kommen mir die Leute mit, schau doch mal die Bewertung unter deinem Video an. Leute, also wer mit so einer Argumentation schon kommt, der ist ja komplett lost. Es macht ein YouTuber mit 3000 Abonnenten ein Video über ein Statement von einem YouTuber mit 30.000 Abonnenten. Er hat ja eigentlich noch mehr auf anderen Kanälen, aber jetzt mal von dem Uncut-Kanal ausgehend, auf dem das ja stattgefunden hat, letztendlich. Das Video hat, stand jetzt, irgendwie 55.000 Aufrufe. Mein Video hatte ja zu dem Zeitpunkt irgendwie 200, 300 Aufrufe. Und hatte zu dem Zeitpunkt über 100 Likes. Ich habe jetzt da leider keine Screenshots gemacht, ich bin nicht Mimi. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie über 100 Likes und glaube ich 16 oder 17 Dislikes. Nachdem die Reaction auf Twitch von Kuchen draußen war. Nachdem natürlich die Reaction auf dem Kuchen-Uncut-Kanal rauskam und das Video jetzt bei ihm für seine Verhältnisse auch extrem gut wieder läuft auf seinem Uncut-Kanal, kommen doch jetzt natürlich diese ganzen Schlaumeier von der anderen Community, die ja viel gigantischer ist wie die kleine Community von mir und disliken jetzt mein Video. Und jetzt willst du mir erzählen, dass natürlich die Bewertung jetzt von meinem Video-Like-Dislike-Verhältnis natürlich schlecht ist. Ja, no shit, Sherlock. Also, dass man da nicht schon eins und eins zusammenrechnen kann, ist ja komplett lost. Also, da brauche ich auch gar nicht mehr weiter drauf. Also, wer den Punkt nicht rallt, der ist ja komplett lost. Also, da muss ich los. Ich fand's einfach unfassbar schade, dass Kuchen nicht auf wichtige Punkte eingegangen ist. Sieh der 12-Euro-Stunden-Lohn für einen Angestellten oder für einen Selbstständigen. Und ich bin mir sicher, dass er auf Selbstständigen-Basis selber sagen würde, 12 Euro pro Stunde ist zu wenig. Er geht nur leider nicht drauf ein in seiner Reaction. Ich weiß nicht, wofür er dann 44 Minuten da eine Reaction machen muss zu meinem Video. Wenn er dann auf solche Punkte nicht eingeht. Genauso wie, ist er jetzt für faire Bezahlung oder ist er nicht für faire Bezahlung? Das waren die Kernaussagen von meinem Video. Er hat nur die Punkte nochmal neu formuliert, die ich irgendwie interpretieren konnte in meinem Video. Da hat er nochmal irgendwelche Dinge anders ausgelegt. Und ging dann auf Punkte ein, in denen ich auch übers Ziel hinausgeschossen bin. Wie gesagt, keine Frage habe ich gemacht, gebe ich auch zu. Aber er ist dann halt auf irgendwelche Punkte eingegangen, die ja komplett lost waren. Also, und hat sich an denen aufgehangen. Und die wurden mir dann wiederum vorgeworfen. Wo ich mir dann so denke, Leute, um den eigentlichen Punkt geht's doch. Also, das macht ja gar keinen Sinn. Egal. Achso, ja, noch eine Sache natürlich. Kuchen macht eine 44 Minuten Reaction zu meinem 14 oder 15 Minuten Video. Wenn ich mich dann aber in den Kommentaren versuche zu rechtfertigen, das funktioniert ja eh nicht. Weil man redet ja da an Wände. Deswegen, wie gesagt, wird das jetzt auch mein letztes Video zu der ganzen Thematik sein. Weil es eh nichts bringt. Er redet 44 Minuten und rechtfertigt sich für Punkte, die er ja offensichtlich im Vorfeld nicht ganz genau klar geschildert hat. Wo ich an dem Punkt sogar auch Kuchen verteidigen muss. Weil natürlich kannst du in einer Reaction jetzt nicht auf jeden einzelnen Satz nochmal irgendwie einen Extrasatz hinzufügen. Weil dann wirst du wirklich mit deiner Reaction einfach irgendwann nicht mehr fertig. Stimmt doch. Alles easy. Aber du musst halt dann trotzdem damit rechnen, dass wenn einer irgendwelche solche Videos dazu macht, zu so einem Statement, das er ja in seinem Video gebracht hat, dass er halt dann wenigstens gescheit drauf eingeht und nicht nur irgendwelche anderen Punkte aus dem Nichts herbeierfindet, um dann noch das Ganze mehr aufzubauschen, als es überhaupt nötig gewesen wäre. Er hätte auch einfach klar sagen können, ja, ich hatte meinen Cutter selbstständig oder ich hatte meinen Cutter angestellt. Und dann wäre das schon mal eine ganz andere Sichtweise auf diese 12 Euro pro Stunde, die er ja vorgerechnet hat. Die kam ja nicht mal von mir. Die hat auch er vorgerechnet. Jetzt werde ich, dadurch, dass ich mich versuche, in den Kommentaren dann zu rechtfertigen, als Heulsuse abgestempelt oder in meinem Video schon als Heulsuse abgestempelt. Also ein Kuchen darf 44 Minuten Reaction auf mein Video machen, sich rechtfertigen. Wenn ich das mache, dann bin ich eine Heulsuse. Stabil. Macht auf jeden Fall auch Sinn. Zumal ja dann in den Kommentaren genauso viel reininterpretiert wurde in mein Video wie in Kuchens Video. Und er wirft mir das ja vor, dass ich Dinge in... Oder auch die Community von ihm wirft mir ja vor, dass ich Dinge in sein Video oder in seine Aussage reininterpretiert habe. Und es so eigentlich gar keinen Sinn macht. Also ich interpretiere da zu viel rein. Und er interpretiert jetzt in mein Video wieder viel rein. Da ist es okay. Und auch die Community interpretiert in den Kommentaren ja so viel in mein Video rein. An der Stelle muss ich schon wieder los. Es ist echt einfach dieses ganz andere Wild. Und vor allem wurden Dinge in mein Video reininterpretiert, die ich ja in meinem Video schon wieder legt habe. Das ist ja das nächste Problem. Das war auch so ein Punkt, bei dem ich halt Kuchens Reaction schlecht fand. Er hat halt dann teilweise, ich habe nur einen Satz gesagt, er bricht mich im Satz ab, macht seinen Reaction-Part dazu. Ist auch okay. Im nächsten Satz, direkt nach seinem Ding, bestätige ich das, was er sagt in meinem Video. Da geht er aber dann nicht mehr drauf ein, dass er dann nochmal kurz sagt, ah ja, okay, das sagt das ja. Oder irgendwie so. Das wäre schon mit einem Satz erledigt gewesen. Wird komplett ignoriert. Ich wurde, by the way, auch von Kuchen komplett im Chat ignoriert von Twitch. Da ist er auch komplett nicht auf mich eingegangen. Ich war ja während der Live-Reaction schon im Chat von Twitch dabei. Jetzt gehen wir mal auf ein paar Kommentare ein. Zum Beispiel auf den Vergleich von Berufen. Meine Fresse hört überhaupt auf mit Berufen vergleichen. Es macht keinen Sinn, Berufe miteinander zu vergleichen. Es gibt keinen Sinn. Jeder Beruf hat seine Daseinsberechtigung. Jeder Beruf ist wichtig für die Gesellschaft. Jeder Beruf ist gut, dass es Leute gibt, die den machen und die da Bock drauf haben. Ich verstehe nicht, warum man dann immer anfangen muss, irgendwas miteinander zu vergleichen. Warum verdient eine Krankenschwester nicht so viel wie ein Fußballer? Hört doch auf mit solchen Vergleichen. Es ergibt halt einfach keinen Sinn, Berufe, Berufsgruppen miteinander zu vergleichen. Innerhalb eines Berufes miteinander zu vergleichen, lasse ich mir vielleicht noch irgendwie gefallen. Aber doch nicht zwei völlig verschiedene Dinge. Hört auf mit so einem Scheiß. Es bringt nichts. Es macht keinen Sinn. Und wenn du als Koch nicht mal 12 Euro die Stunde verdienst, Junge, dann würde ich mir an deiner Stelle meine Meinung, ich würde mir einen anderen Job suchen. Oder ich würde gucken, dass ich irgendwie woanders mehr kriegen würde. Oder keine Ahnung. Das ist aber nur meine Meinung. Da kann doch ich jetzt nichts dafür, wenn du nicht so viel Geld verdienst. Also verstehe ich nicht, warum das in meinen Kommentaren mir jetzt vorgeworfen wird, wenn ich sage, 12 Euro pro Stunde ist nicht viel. Und du dann sagst, ich verdiene aber als Koch weniger, also stell dich nicht so an. Die Argumentation ist ja komplett für den Arsch. Genauso wie dann eben immer angesprochen wurde, oh, Cutter sollten auf jeden Fall mehr verdienen, wie jemand, der acht bis neun Stunden auf dem Bau arbeitet. Oder irgendwelche solche Kommentare, wo ich mir nur so dachte, Junge, das ist auch so lost, dieses Argument. Moment, ich habe zehn Jahre lang als Heizungsbauer auf dem Bau gearbeitet. Natürlich weiß man das nicht, aber ich habe zehn Jahre auf dem fucking Bau gearbeitet. Also wenn einer bei so einer Diskussion wirklich aus Erfahrung reden kann, dann sorry, das bin ich. Weil ich habe beide Berufe schon gemacht. Und ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung heraus, dass beide Berufe auf ihre eigene Art anstrengend sind. Auf dem Bau ist es körperliche Anstrengung. Als YouTube-Cutter, vor allem auf selbstständiger Basis, hat man eine komplett andere Belastung in Form von irgendwelchen Arbeitszeiten oder Druck oder eben durch die Selbstständigkeit per se. Also es ergibt einfach gar keinen Sinn, sowas miteinander zu vergleichen. Hört auf mit so einer Scheiße. Dann haben wir hier dieses Hauptproblem, Cutter, ich will mehr Geld. Das war nie die Aussage meines Videos. Da liegt doch schon das Hauptproblem. Dieser Kommentarschreiber hat ja wohl überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Es ging nicht darum, dass ich mehr Geld will. Es geht darum, dass ich eine faire Bezahlung für meine Berufsgruppe gerne hätte. Und er will das jetzt schlecht reden, dass jemand für faire Bezahlung ist. Hätte ich gesagt, hey, Krankenschwestern sollten fair bezahlt werden, dann, yeah, Hypetrain, Alter, yeah, geil, da hat er vollkommen recht. Wenn ich aber sage, ein Cutter sollte fair bezahlt werden, dann bin ich ein Unmensch und bin eine Heulsuse. So what the fuck einfach. Jede Berufsgruppe und jeder Beruf sollte fair bezahlt werden. Das ist meine Meinung. Egal welcher Beruf. Und über die Fairness der Bezahlung am Ende kann man ja nochmal diskutieren. Aber jeder Beruf sollte doch fair bezahlt werden. Und alles, was ich gefordert habe, ist eine faire Bezahlung für Cutter. Und dann kommt, mimimi, ich will mehr Geld. Also der hat es ja gar nicht verstanden, der Kollege. Sorry. Lange nicht mehr so ein Heules gesehen, mal im Ernt. Hier geht einer auf das Thema Uncut ein. Schau dir doch mal meine Videos an. Die sind ja nur am vorne und hinten ein bisschen was weggeschnitten. Dafür sollte ich 100 Euro zahlen. Habe ich doch auch nie gesagt. Habe ich doch auch nie gesagt. Ich weiß nicht, wo so eine Argumentation jetzt schon wieder herkommt. Ich habe nie gesagt, dass irgendeine Summe X für irgendeinen Aufwand dastehen muss. Alles, was ich gesagt habe, ist, dass der Aufwand des Videos nicht den Stundenlohn beeinflusst. Das ist das, was ich da dazu gesagt habe. Sprich, ich erkläre das jetzt mal zuerst mit einem Beispiel aus der Cutter-Szene und dann noch mit einem Beispiel für die ganz intelligenten Leute. Wirklich realitätsnah vom Bau. Okay? Zwei Beispiele. Wenn ich als Cutter ein Video schneide für Gnu, braucht er 10 Stunden und ich nehme 35 Euro die Stunde, dann kostet das Video 350 Euro die Stunde. So, das war aufwendig zu schneiden, das hat 10 Stunden gebraucht. Wenn ich ein Uncut-Video von Gnu auf ihren Zweitkanal machen, hochladen soll, dann muss ich das Footage ja irgendwo runterladen, muss das Intro und die Endcard hinpacken, muss das nochmal rausrendern, muss es wieder hochladen. Da brauche ich meinetwegen eine Stunde für ein Uncut-Video. Dann nehme ich eben 35 Euro da dafür, weil mein Stundenlohn 35 Euro sind. Dann kostet das Uncut-Video 35 Euro die Stunde und das aufwendiger Gekattete kostet 35 mal 10, also 350 Euro die Stunde. Wo ist es denn jetzt so schwer zu verstehen, dass der Aufwand des Videos nicht den Stundenlohn beeinflusst, sondern die Gesamtsumme, weil der Aufwand ja weniger ist. Sprich, ich brauche weniger Zeit. Wie kann man denn das nicht checken? Deswegen halte ich auch nichts von Pauschalpreisen, weil das auf beiden Seiten niemals fair ist, so ein Pauschalpreis. Das kann man machen. Ich habe es auch lange gemacht. Ich bin mittlerweile willig und komme ich gerade davon weg, weil es für beide Seiten einfach fairer ist. Brauche ich 2 Stunden, kostet 70 Euro. Brauche ich 5 Stunden, kostet 5 mal 35. Wenn man jetzt von den 35 Euro pro Stunde ausgehen würde als Selbstständiger. Ich verstehe nicht, wo da diese Rechnung beiherkommt. So, und jetzt nochmal, um es aus Sicht vom Bau beispielsweise zu erklären. Ich habe auf dem Bau gearbeitet als Heizungsbauer. Angenommen, ich habe da als Angestellter 15 Euro die Stunde verdient. Ich installiere jetzt eine Heizung. Das ist aufwendig mit Steuerung und Regelungstechnik und bla bla bla. Und da muss man ein bisschen was denken beim Geschäft. Also kriege ich da 15 Euro die Stunde für die aufwendige Arbeit. Am nächsten Tag sagt mein Chef, hey, Elo, feg mal die Werkstatt. Dann fege ich die Werkstatt, weil mein Chef mir das gesagt hat. Kriege ich dann automatisch weniger für die Tätigkeit? Nein, ich kriege trotzdem 15 Euro die Stunde. Und wenn ich 10 Stunden die Werkstatt fege, dann kriege ich für den Tag halt 150 Euro. Auf Angestelltenbasis. Und wenn ich 10 Stunden die Heizung installiere, dann kriege ich 150 Euro. Auf Angestelltenbasis. Die Tätigkeit, egal wie aufwendig, ist nicht dafür verantwortlich, wie teuer der Stundenlohn ist. Und bitte das jetzt auch nicht wieder verwechseln. Ich meine damit nicht die Tätigkeit eines Cutters vergleichbar mit der Tätigkeit eines Kameramanns. Oder was weiß ich was. Ich rede jetzt hier rein nur, wenn ich mit Gnu einen Stundenlohn von beispielsweise 35 Euro ausgerechnet habe. Und ich arbeite für sie, dann ist es 35 Euro. Egal, ob das Video aufwendig ist oder nicht. Nur darum geht es. Weil eben immer dieses Argument kam, die Videos von KuchenTV seien ja nicht aufwendig. Warum sollte man dann da dafür mehr zahlen? Und wie gesagt, der Stundenlohn hat mit diesem Argument, aus diesem Argument resultierend, nichts damit zu tun. Punkt. Das würde ich damit sagen. Also vergleicht jetzt nicht schon wieder andere Berufsgruppen oder sowas miteinander. Das hatten wir schon vorher in der Diskussion. Bitte macht sowas nicht schon wieder. Und dann als Gegenargument zu bringen, es kommt doch aber auch auf die Erfahrung an, macht in dem Zug erstmal keinen Sinn. Weil der Stundenlohn natürlich abhängig ist von der Erfahrung und von der Verhandlung. Wenn ein Cutter 5 Euro die Stunde aushandelt, dann ist er selber schuld. Dann kann ich da nichts dagegen tun. Ich würde dafür nicht arbeiten. Aber dann funktioniert doch die Rechnung genau gleich. Ein aufwendiges Video, 5 Euro die Stunde, mal 10 Stunden, kriegt er 50 Euro. Ein weniger aufwendiges Video, 2 Euro die Stunde, auf 5 Euro, kriegt er 10 Euro. Ich verstehe das nicht. Das eine mit dem anderen zu vermischen, macht in diesem Moment gar keinen Sinn mehr. Dann habe ich hier so einen, der hat dann erstmal, um die Diskussion zu beginnen, meinen Schnitt von Gnu bei irgendeinem Among Us Video beleidigt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er das erste Video meint. Ich weiß es bis heute nicht, welches er gemeint hat. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Scheinbar, ihr könnt die Diskussion von Nero Gaming einfach mal in dem anderen Video gucken. Die ist ewig lang. Die war auch wirklich irgendwann für den Arsch. Aber weil irgendwann Mutmaßungen aufgestellt wurden, weil er dann irgendwann meinte, ja Gnu hätte mich dann dazu gezwungen, irgendwie einen Kommentar zu schreiben unter ihrem Video und so. Solche Dinge würde Gnu einfach niemals im Leben einfallen, dass die mir sowas vorschreibt. Zumal wir ja extra deswegen auch Feedback schleifen haben. Und ich weiß noch, dass es beim ersten Video von Among Us Probleme gab, weil ich damals die ganzen, ich kannte da Sola nicht, Sterzig nicht, ich kannte die ganzen Leute nicht. Gnu hatte kein Overlay bei Among Us drin. Und deswegen habe ich da diese Figuren mit den Namen verwechselt. Und deswegen habe ich mal, wenn Sterzig geredet hat, Flask eingeblendet als Beispiel jetzt. Und auch ich, wenn ich heute das Video sehe und mittlerweile ja weiß, wer wer ist, nachdem ich zig Among Us Videos gecuttet habe, cringe mich jetzt ab bei diesem Video, weil es natürlich komplett scheiße ist, das jetzt anzugucken, wenn ich Flask einblende, aber Sterzig geredet, jetzt als Beispiel. Ich habe es damals nicht besser gewusst. Ich habe damals sogar, das weiß ich noch, Gnu eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, hey, es wäre hilfreich, wenn du mir da ein Overlay reinmachst, dass ich sehe, wer da spricht, weil ich kann die Stimmen nicht auseinanderhalten. Ich kenne die Leute nicht. Ja, es ist teilweise echt schwierig, das rauszuhören, wer da wer ist, weil teilweise die Stimmen auch so unfassbar gleich klingen. Selbst bei Maluna und Vail hört man teilweise die Unterschiede nicht raus. Obwohl es ja nur zwei weibliche Stimmen abseits von deiner sind. Aber selbst da muss ich teilweise echt genau hinhören. Es ist halt immer schwierig, wenn die sich alle so ähnlich klingen. Einzigen, den man immer gut raushört, ist Heno und Papo hört man auch relativ gut raus, finde ich. Aber zum Beispiel Romatra und Sterzig oder so, die zwei, da muss ich oft raten. Und von ihr kam keine Feedback-Korrektur mehr? Das Video ging so online. Als ich dann in den Kommentaren gelesen habe, okay, ich habe da die ganzen Namen irgendwie vertauscht, habe ich mich wahrscheinlich, weil das mein eigener Anspruch ist, in den Kommentaren gerechtfertigt. Vielleicht geht er da drauf ein, ich weiß es ja bis heute noch nicht. Das ist jetzt nur meine Vermutung, dass er das meint. Er hat mir irgendwann unterstellt, dass ich es ja wüsste und dann scheinbar wieder nicht und so. Ich habe immer nur gesagt, scheinbar habe ich mich in irgendeinem Kommentar gerechtfertigt. Wie gesagt, lest euch das einfach selber durch, es ist einfach lost. Die ganze Diskussion war am Ende einfach nur komplett für den Arsch. Und deswegen bin ich da auch irgendwann raus, weil es macht einfach keinen Sinn, mit solchen Leuten zu diskutieren. Das Geilste war noch, dass er mir dann vorgeworfen hat, er erwartet von mir, dass ich auf seine Diskussion jetzt eingehe, aber er fängt mit so einem Kommentar an, die Diskussion zu beginnen, also mit einer Beleidigung. Und dann erwartet er, dass ich auf die Beleidigung in eine ernste Diskussion mich einlasse. Ist klar. So, dann haben wir jetzt hier einen, der halt irgendwie sagt, ja, ich wiederhole irgendwie, was Kuchen sagt. Stimmt ja irgendwie eigentlich nicht, ne? Zumal ich hätte wieder zu viel reininterpretiert. Dann habe ich ihn gefragt, ja, warum ich an 12 Euro pro Stunde, was Kuchen ja so gesagt habe, zu viel reininterpretiert habe. Und dann kam nur, ja, weil ja die Rede von jemand ist, der das in seiner Freizeit macht und nicht hauptberuflich und ich kann dir einem Hobby-Cutter nicht so viel zahlen wie einem ausgebildeten Cutter. Und da fängt eine ganz große Problematik an mit diesem Hobby-Thema. Diese Hobby-Thematik, die kam so oft auf und die ist einfach auch schwach. Kuchen sagt in seiner Reaction, in seiner allerersten sogar noch, dass er ja dann den Cutter noch von seiner Steuer irgendwie geltend machen kann. Sprich, er meldet ja die Ausgaben von dem Cutter bei der Steuer an. Das muss ja dann derjenige, der es nur als Hobby macht, auch machen. Wenn er aber dann nur 12 Euro die Stunde kriegt, dann muss er doch das Geld immer noch versteuern. Ich weiß nicht, wo da die Synapsen bei euch im Kopf nicht durchschalten, wenn ihr so einen Zusammenhang nicht schnallt. Zumal man, ich bin mir jetzt bei der Zahl nicht hundertprozentig sicher, weil ich nichts Besseres gefunden habe im Internet, aber ich habe gefunden, dass man in seinem Hobby bis zu 400 Euro im Jahr verdienen darf, ohne es zu versteuern. Wenn ich tatsächlich drei Videos pro Woche für einen Kuchen cutte, dann habe ich am Ende, sagen wir mal, 50 Euro pro Video, 150 Euro, dann bin ich ja schon im ersten Monat über den 400 Euro im Jahr. Also wo ist das denn jetzt dann noch dieses Hobby, von dem alle reden? Sobald doch da dieses Geld fließt, muss doch derjenige das anmelden, sonst ist es Schwarzarbeit. Also I don't get it. Ich verstehe dieses Argument nicht. 0,0. Und hier impliziert er ja jetzt, dass ich sage, ein ausgebildeter Cutter muss genauso viel verdienen wie ein ungelernter Cutter oder wie auch immer. Danach geht es gar nicht. Und das war auch nie die Diskussionsgrundlage. Das habe ich nie in irgendeinem Wort, mit irgendeinem Silbe, habe ich das erwähnt in meinem eigentlichen Video, dass ich sowas fordere oder irgendwie. Ich habe nur gesagt, dass die Leute fair bezahlt werden sollen und 12 Euro pro Stunde auf selbstständigen Basis sind auch für einen Ungelernten nicht fair. Ganz einfach. Da kommen wir schon zum nächsten Problem, dass eben immer der Vergleich hergenommen wurde, 12 Euro angestellt, 12 Euro selbstständig. Nochmal zur Verdeutlichung. 12 Euro pro Stunde als Selbstständiger Das sind viel zu wenig Geld, ob ungelernt oder nicht. Und dann, dass Leute mir da drunter kommentiert haben, ja, auf dem Bau verdiene ich doch auch nicht so viel Geld. 12 Euro pro Stunde, du bist realitätsfern und das ist so viel Geld und so. Solche Kommentare kamen dann. Leute, auf selbstständiger Basis. Wie oft soll man es denn noch sagen, verdammte Scheiße? Ihr seid angestellt. Natürlich sind dann 12 Euro pro Stunde noch mal was ganz anderes. Meine Fresse. Ich habe das hier mal rausgesucht, dass ein Monteur auf dem Bau 68,89 Euro abrechnen sollte pro Stunde, dass es sich für den Bau rentiert. Für den Handwerker auf dem Bau auf selbstständiger Basis. Wo kommen jetzt da eure 12 Euro vor? Natürlich ist der selbstangestellte Geselle auf dem Bau vielleicht. Ich habe auf dem Bau damals nach meiner Lehre als Geselle 12,50 Euro die Stunde verdient. Natürlich ist das der Preis oder das Geld, das man eben auf dem Bau dann kriegt als Monteur oder wie auch immer. Das ist immer noch keine faire Bezahlung, mal abgesehen davon. Aber knapp 70 Euro pro Stunde muss der Chef von dir abrechnen für dich, dem Kunden. Und darum geht es doch. Ich rechne 35 Euro mindestens die Stunde ab und nicht 70. Also wo bin ich jetzt realitätsfern? Leute, was labert ihr für einen Müll an mich ran? Wie wäre es denn damit, wenn man erstmal ein paar Informationen checkt, bevor man einfach anfängt gegen irgendwelche Leute zu hetzen? Hier schreibt schon wieder eine, Kuchen liegt ja nach seiner Rechnung über dem Mindestlohn. Natürlich, wenn er auf Angestelltenbasis redet. Aber er ist ja da nicht drauf eingegangen. Und deswegen verstehe ich auch den ersten Absatz nicht, dass ja Kuchen deutlich gemacht hat, dass es um seine Erfahrungen geht. Bla, 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 bla. Nein, hat er eben nicht. Er hat wieder um heißen Brei rumgeredet. Er hat niemals deutlich klar formuliert, war der angestellt, war der selbstständig, sein Cutter. Woher kam der Preis mit den 12 Euro die Stunde? Und dann ist es gerechtfertigt oder nicht? Der Kommentar ist einfach nur für die Mülltonne. Und auch hier zu sagen, dass das Finanzamt mit der Diskussion ja nichts zu tun hat, ist doch komplett Bullshit. Natürlich kommt das Finanzamt irgendwann auf dich zu und will sehen, was du mit deiner selbstständigen Arbeit verdient hast. Und auch nur, wenn die nebenberuflich oder hobbymäßig ist, kommt das Finanzamt trotzdem und will das Geld, das du ja da dafür bekommen hast, erstmal versteuern. Das Finanzamt kommt immer, wir leben in Deutschland, sorry. Also ist das Finanzamt immer bei Geldfragen Grundlage in der Diskussion. Check ich nicht, wie man das runterspielen kann, sowas. Dann kamen hier die Leute und haben mir diesen Vergleich vorgeworfen mit dem, ja, wenn der Cutter sich ja die freie Zeit erkauft, dann kann er ja wieder mehr Geld einnehmen. Und ich sage in meinem Video sogar noch, deswegen sage ich, ich habe so oft das schon widerlegt, was die mir dann in den Kommentaren drunter geschrieben haben. Ich habe so oft widerlegt, und das hat sogar 12 Likes, ich habe sogar widerlegt, oder ich habe besser gesagt, in meinem Video ja schon gesagt, natürlich macht es wirtschaftlich gesehen keinen Sinn, dem Cutter den Mehrwert dann zu bezahlen. Das sage ich so in meinem Video. Mir ging es nur um die Verhältnismäßigkeit. Die freie Zeit, die sich der Cutter ja erkauft, die muss ihm doch was wert sein. Und nicht nur 12 Euro die Stunde. Auf selbstständiger Basis. Darum ging es mir. Und dass das nicht gecheckt wird und mir jetzt als so eine komische Rechnung gemacht wird, wenn ich als Maler von einem Millionär das Haus streiche, bla bla bla. Das ergibt einfach keinen Sinn. Darum ging es nie. Es ging nie darum bei dem Vergleich. Es ging nur darum, dass der YouTuber doch checken muss, ich erkaufe mir freie Zeit und die muss mir mehr wert sein. Darum ging es. Dann kamen natürlich die Leute, die gesagt haben, ja, das ist halt freie Marktwirtschaft und natürlich kann der Cutter sich den Günstigeren aussuchen und wenn ich bei Gehaltsverhandlungen irgendwie schlecht verhandle und deswegen weniger kriege, wie eigentlich drin gewesen wäre und bla 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 bla. Und natürlich. Und auch das war doch aber niemals die Diskussionsgrundlage von diesem Video. Verstehe ich nicht, warum sowas jetzt kommentiert wird. Ich habe doch nie gesagt, dass wenn einer schlecht verhandelt, dass er dann, dass dann der YouTuber daran schuld ist. Habe ich doch nie gesagt. Was labern mich denn jetzt die Leute da damit voll? Also und natürlich kann der YouTuber einen für 50 Euro pro Video engagieren, wenn es die Leute gibt, die es machen. Und genau das ist doch das Ding, warum ich das Video gemacht habe. Meine Community besteht doch aus Leuten, die sich eventuell dafür interessieren, YouTube-Cutter zu werden. Und den Leuten kann ich doch meine Reichweite nutzen, weil das ja auch immer als Argument kam, ich hätte ja eh keine Reichweite. Es hat zumindest gereicht, dass Kuchen auf mein Video reagiert hat und eine dicke Welle jetzt macht. Dann kann ich doch zumindest mit meiner Reichweite versuchen, die Leute davor zu warnen, solche Deals überhaupt erst gar nicht anzunehmen und dadurch was bewirken. Natürlich kann ich das Umdenken bei den YouTubern schlecht bewirken. Das ist mir schon auch klar. Und natürlich kann ich nicht jeden erreichen. Das ist mir schon auch klar. Also ich verstehe nicht, was die Leute da raus wollen bei solchen Argumenten. Und natürlich kann man sich den günstigsten raussuchen und natürlich kann man Preisverhandlungen führen oder was weiß ich. Natürlich. Ich habe nie was anderes behauptet. What the fuck? Hat ja dann sogar noch einer behauptet, dass ich tatsächlich irgendwie gemeint hätte, das ist scheißegal, was ich für zu wenig halte. Natürlich. Wenn die sich auf solche Deals einlassen, selber schuldet. Ich kann es ja nicht ändern. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass es gefährlich ist, als Selbstständiger für solche Preise zu arbeiten. Und auch hier nochmal fand ich es halt schwach, dass Kuchen da seine Reichweite so schlecht nutzt und sowas nicht deutlich genug anspricht. Weil doch Kuchen ist doch auch Selbstständiger. Er muss doch wissen, was da an Steuern abgeht, was da an Krankenversicherung abgeht und bla 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 bla. Dann kommt er doch selber drauf, also Kuchen ist ja nicht dumm, er kommt doch selber drauf, dass 12 Euro pro Stunde auf selbstständigen Basis nicht genug Geld ist. Also ich verstehe diese komplette Diskussionsgrundlage, auf der dann irgendwann diskutiert wurde, einfach nicht. Mir hätte das Ganze am Arsch vorbeigehen können. Das sage ich sogar auch in meinem Video. Weil ich werde fair bezahlt. Mir geht es nur darum, Leute davor zu warnen, sich auf solche Deals einzulassen, weil es auf lange Sicht die Leute nicht packen werden, dann ihr Geschäft am Leben zu erhalten. Die werden dann, können sie Insolvenz anmelden. Hier kommt wieder einer, sagt 40 bis 60 Euro pro Stunde. Es war nie die Diskussionsgrundlage, dass 40 bis 60 Euro die Stunde nötig wären. Zumal er halt auch null checkt, dass 40 Euro pro Stunde auf selbstständigen Basis schon wieder komplett anders sind. Siehe das Thema mit dem Monteur, der nimmt sogar fast 70. Also wo bin ich jetzt realitätsfern? Es wurde sogar noch von mehreren Leuten bestätigt, als Daumen nach oben. Und einer hat ja, right, die sind halt irgendwie realitätsfern. Also ihr habt wirklich den Dummheitspreis des Jahres gewonnen mit den Kommentaren. Hier angebotene Nachfrage, was ich jetzt machen will, YouTube ändern, den Markt ändern, bla bla bla. Nein, Ich will nur mit meiner Reichweite versuchen, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht sinnvoll ist, für so wenig Geld auf selbstständiger Basis zu arbeiten. Mehr will ich gar nicht. Ich schreibe niemandem vor, das nicht zu machen. Ich sage nur, mach das nicht, weil es nicht funktionieren kann. Wenn derjenige es dann trotzdem macht, dann bitteschön. Also ich, was sind das denn, wo hat diese Diskussion irgendwann aufgehört, stattzufinden? Wie kann man denn Dinge so krank aus dem Zusammenhang reißen? Dann habe ich hier einen Kommentar, der ist nicht irgendwie blöd oder keine Ahnung. Der ist nur schwierig, der ist schon okay formuliert und habe ich auch keinen Stress damit so. Kann man ja so sagen. Ich will nur kurz darauf eingehen, warum ich es schwierig finde, weil er eben sagt, er versteht auch beide Seiten, bla bla bla, aber er würde eher Kuchen zustimmen. Und da sehe ich ein bisschen die Problematik. Natürlich ist das jetzt vielleicht auch ein bisschen voreingenommen von mir. Er würde halt eher Kuchen zustimmen, aber Kuchen diskutiert ja irgendwie gegen diese faire Bezahlung. Und allein an diesem Punkt finde ich es schwer, wenn man überhaupt Kuchen zustimmen kann. Dann ist man ja automatisch gegen faire Bezahlung. Und an dem Punkt finde ich es einfach schwierig. Der Kommentar an und für sich ist wie gesagt okay. Schreibt noch einer, dass man sich mal die Reaction von Kuchen anschauen müsste. Der erklärt ja vieles. Er erklärt halt leider gar nichts in seiner Reaction. Und das ist so schade, weil die Leute denken, er hätte wirklich was erklärt. Und deswegen will ich nochmal darauf zurückkommen. Kuchen, danke, dass du deine Reichweite genau da dafür nutzt. Würdest du in deiner Reaction wirklich viel klar machen können, um was es wirklich geht. Aber jetzt denken die Leute genau das. Warum willst du denn anderen Cuttern ihren Lohn vorschreiben? Habe ich mit keinem Wort gemacht? Ich habe doch nie gesagt, Leute, ihr müsst zu so und so einem Preis arbeiten. Ich sage nur, dass es zu so und so einem Preis keinen Sinn macht zu arbeiten, weil die Leute sonst Insolvenz anmelden können. Oh mein Gott. Ich will junge Leute darauf aufmerksam machen, weil ich tatsächlich wirklich oft Anfragen bekomme. Hey, lohnt es sich für 25 Euro pro Video für einen YouTuber mit 1,5 Millionen Abonnenten zu cutten? Nein, lohnt sich nicht. Natürlich mache ich doch dann solche Videos und versuche meine Leute zu erreichen, die meinen Channel deswegen abonnieren, weil sie sich für dieses Thema interessieren. Mein Gott, wie kann man so wenig Sinn für Zusammenhänge haben? Alter. Hier der Nächste, der halt sagt, die Welt richtet sich nicht nach meinen Angaben. Natürlich nicht. Und das habe ich doch auch nie gesagt. Ich verstehe es nicht. Und dann redet er hier von Top-Quali und bla 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 und rechnet mir hier irgendwas vor von wegen, ich bestelle Essen für 10 Euro und für 2 Euro und dann muss das für 10 Euro genauso gut sein wie das für 2 Euro. Zum einen macht das auch keinen Sinn, weil, keine Ahnung, ein Kobe Steak kostet schon mal allein mehr wie irgend so ein gut und günstig Schnitzel. Also auch hier kann natürlich die Qualität komplett unterschiedlich sein und spiegelt sich doch dann auch im Preis wieder. Also allein das Argument macht schon wieder gar keinen Sinn. Ich weiß, was er damit sagen wollte und auch das macht aber leider keinen Sinn. Weil er schon wieder hier jetzt davon redet, dass die Qualität den Preisunterschied hervorruft oder wie auch immer. Und natürlich muss die Qualität immer passen bei egal welchem Stundenlohn. Der Stundenlohn muss im Vorfeld verhandelt werden. Dass die Qualität danach stimmen muss, war doch nie Diskussionsgrundlage und habe ich doch auch nie gesagt. Kuchen hat sich lediglich darüber beschwert, dass ihm die Qualität nicht gereicht hat und mich hat es natürlich dann nicht gewundert, nachdem er seinem Cutter nur 12 Euro die Stunde gibt. Da kann man eben keine Qualität erwarten und natürlich kann man das so sagen. Vor allem wenn man dann auf der anderen Seite immer mit dem Argument kommt, ja das war ja nur einer, der es ungelernt und als Hobby und so gemacht hat. Leute, also ich check solche Kommentare leider gar nicht. Das Video ging jetzt auch viel zu lang. Ich wollte es eigentlich viel kürzer halten, es war aber nicht möglich, weil ich mich bei solchen Sachen viel zu sehr aufregen muss, weil ich Dummheit und Unverhältnis vor allem mit zweierlei Maß gemesse schon immer Scheiße fand. Grundsätzlich. Wenn ich Scheiße baue und ich werde da dafür kritisiert, gar kein Thema. Wenn ich aber für irgendwelche Punkte kritisiert werde, die komplett Bullshit sind und an den Haaren herbeigezogen sind und mit zweierlei Maß gemessen werden, dann kann ich das nicht einfach stehen lassen. So, und das wird wie gesagt jetzt auch gewesen sein, was ich da dazu sage, weil alles was jetzt noch kommen wird, wird sich immer wieder auf dieselbe Scheiße drauf projizieren lassen. Ganz kurz auch noch, ganz wichtig, ich werde die Kommentarfunktion unter diesem Video deaktivieren, weil ich keinen Bock habe, so Leuten nochmal eine Plattform zu bieten und mir meinen Verstand zu rauben. Ich habe einfach keinen Bock auf solche Kommentare, deswegen wird die Kommentarfunktion unter diesem Video nicht verfügbar sein. Und was ich noch gleich jetzt anmerken will, es wird in Zukunft natürlich jetzt auch immer mal wieder Videos dazu geben zum Thema Lohn, was entlohnt werden muss, Aufwand eines Cutters, bla bla bla, um vielleicht dieses Thema auch nochmal ein bisschen zu sensibilisieren, dass die Leute raffen, dass es eben nicht nur ich schieb da ein bisschen die Maus hin und her ist, so. Weil das finde ich auch ein wichtiges Thema, das muss auch angesprochen werden und das ist aber ein komplett anderes Video dann wie gesagt, weil sich das wirklich lohnt, separat nochmal anzusprechen und nicht in Bezug auf diese Kuchenthematik zu bringen. Deswegen wird dazu, auch wenn es vielleicht sogar in dem Video schon angesprochen wurde, nochmal in separaten Videos aufgenommen. Also da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Sagen wir es mal so. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Ciao. Zum Abschluss kann ich halt einfach nur nochmal sagen, wenn euch sowas wirklich triggert oder aufregt, dann bin nicht ich das Problem, sondern ganz klar eure Denkweise.